Halt, was war das denn? Das war ja mal... Das war wirklich... Der Name ist Programm, Junge. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Angriff Freigabe für alle Ziele erteilt. Zeig dir die Fühl, dass hier gleich einer von rechts kommt. Alter, er ist einfach durch die Scheibe durchgelaufen. Hey, hi. Ihr seid kleine Pissnecken, kleine Pissnecken, kleine Pissnecken. Ihr könnt mich mal am Poller lutschen. Mit Nachschuss, Alter. Nicht mal einen Kill wieder. Oh. Alter, wird mir ja gerade den Arsch gerettet. Ein Lied auf dich. I believe I can fly. Oh. Wartet doch mal, Alter. Jawoll. Seht ihr das, was ich meine? Wie dumm ist das denn, bitte? Der blaue Punkt ist nur als ein Schädel, Alter. So dumm. Entschuldigung, bitte mal. Entschuldigung, bitte mal. Ich halte dir den Rücken frei. Entschuldigung, ich konnte nicht wissen. Ach, hier sitzt man in der Ecke. Ist das ein Billow, Alter. Oh. Oh, da war noch jeder. Oh, da war noch jeder. Oh. Oh, shit. Der andere dauert echt lange, Alter. Ist nicht gesund. Nope. War richtig schlau, Alter. Ich sage ehrlich, wie es ist. Eigentlich wollte ich meinen Dummy da hinschmeißen. Geiler Typ. Geile Scheiße. Nice. Schön weggecampt hat er mich. Können sie gehen raus, Alter. Hücke vor. Kleine Saftsau. Hast du davon. Hier rumkämpst. Oh. Vielleicht nachher, ne? Ja, alles klar. Cool. Die Waffe nicht so wackeln würde, ne? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ja, ja. Kannst nach Hause schicken, Alter. Hi. 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 Schön. Für die Drohne. Schade eigentlich. Boah. Boah. Nein. Ich bin schon wieder auf einzuschossen. Boah. Hoho. Glück gehabt, würde ich sagen. Scheiß, die Wand dann, ey. Ich bin einmal ohne die Abschlusskette im Schaft und dann auch richtig schlecht. Das ist ja fantastisch, Alter. Geht das Leben auf? Der Call of Duty-Tipp des Tages. Das war im Kreislauf, ganz wichtig. Das verwirrt die Gegner nämlich. Schade eigentlich. Ah, nice. Ah, Schockstock. Wie selbst jetzt schockt, oder was? Wie geil. Oha, totbeziehung. Oha. Kannst du nicht abbrechen. Kaltblütig. Was heißt das? Dass ich ein kleiner, kaltblütiger Mörder bin. Feindliche Drohne aktiv. Mach da mit, Alter. Mach da mit, meine Lutscher-Sau. Ja, nicht in meiner Schicht, Bruder. Ich muss ein bisschen Schimmel-Party machen hier. Ja, geiler Typ auf jeden Fall. Boah, älter Bruder. Ist den Boden gestampft. Den Boy. Ich hab die neue Hälfte geschafft. Kämpft weiter. Letzt für das Magazin. Okay. Oh. Boah. Ich hab die neue Hälfte auf Karte neu gekauft, ey. Hast du dir gedacht, oder was? Alter. Uiuiui. Wie man mich nicht sieht. Ich bin einfach Ghost-Mode, Alter. Achso. Und eben auch, egal. Das wird gut gewesen jetzt. Shockstopp ist ja jetzt auch eigentlich nicht so geil, ne? Was ist mit ihm jetzt gewesen? Ich wusste nicht, ob er hat. Oh. Ich bin hinter dir. Ja, ja. Danke dir. Verbündete Drohne im Einsatz. Wie leise der ist. Ist ja über-crazy. Ich hab mich ja beinahe gekillt, das Schwein. Aha. Flinke Hände online. Flinke Hände. Nein. Ich wollte noch mein Territ an dem Scheiß-Fresse ballern, Alter. Ah Enemies spotted Königsbörner, äh, das hätte ich selbstmordbegangen quasi